Dieser Videoclip erklärt, wie Sie das Ursprungsgeschoss oder das Geschoss für Oberkantenverknüpfung bei mehrschichtigen Elementen verändern können. Wenn mehrschichtige Elemente ausgewählt sind und Sie Ihr Ursprungsgeschoss ändern, dann ist das neue Ursprungsgeschoss für alle ausgewählten Elemente dasselbe. Hier haben wir zum Beispiel zwei Wände mit unterschiedlichen Ursprungsgeschossen ausgewählt. Dann haben wir ein neues Ursprungsgeschoss im Infofenster angegeben. Jetzt haben beide Wände dasselbe Ursprungsgeschoss, das wir im Infofenster festgelegt haben. Selbst wenn das Ursprungsgeschoss der ausgewählten Wände geändert wird, bleibt die Einstellung Ihres Geschosses für Oberkantenverknüpfung unverändert. Das bedeutet, dass es dieselbe Anzahl von Geschossen über dem Ursprungsgeschoss gibt. Es gibt nur eine einzige Ausnahme, wenn, infolge der Veränderung eines Ursprungsgeschosses, ein Geschoss für Oberkantenverknüpfung auf ein nicht existierendes Geschoss versetzt wird, steht im Feld des Geschosses für Oberkantenverknüpfung des Elements nicht verknüpft. Sie haben zum Beispiel drei Wände ausgewählt. Eine mit dem Ursprungsgeschoss 0, eine mit dem Ursprungsgeschoss 1 und eine mit 2. Das Geschoss für Oberkantenverknüpfung der einen Wand ist Ursprungsgeschoss plus 2. Wenn das Geschoss 4 das höchste Geschoss ist und Sie nun das Ursprungsgeschoss von allen ausgewählten Wänden auf Geschoss 3 ändern, sollte das Geschoss für Oberkantenverknüpfung von dieser Wand auf das fünfte, nicht existierende Geschoss gesetzt werden. Deshalb wird diese Oberkante als nicht verknüpft eingestellt. Wenn das Geschoss für Oberkantenverknüpfung von mehrschichtigen Elementen in einem Schritt geändert wird, werden Sie alle neu verknüpft. In diesen Fällen ist das Geschoss für Oberkantenverknüpfung bei jedem Element um dieselbe Anzahl von Geschossen über seinem Ursprungsgeschoss, die Sie dafür vorhin eingestellt haben. Wenn Sie zum Beispiel das Geschoss für Oberkantenverknüpfung vom Ursprungsgeschoss plus 1 ins Ursprungsgeschoss plus 2 ändern, dann werden die Oberkanten von allen ausgewählten Wänden mit dem Geschoss 2 Geschosse über Ihr Ursprungsgeschoss verknüpft, unabhängig davon, welches Geschoss Ihr Ursprungsgeschoss ist. Und noch einmal, wenn Sie die Oberkantenverknüpfung eines Geschosses so ändern, dass infolgedessen das Geschoss für Oberkantenverknüpfung ein nicht existierendes Geschoss wäre, wird sich das Feld des Elements Oberkantenverknüpfung zu nicht verknüpft ändern.